Herzlich willkommen hier bei We Love MMA. Am 29. Oktober gibt es einen Titelkampf in der Barclays Arena in Hamburg. Einer der beiden Herausforderer für den vakanten Gürtel ist Johnny Palokai und er ist heute mit mir hier zu einem Interview. Johnny, grüß dich. Grüß dich, danke für die Einladung. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Johnny, 29.10., lange ist es nicht mehr hin. Wie fühlt es sich an, so kurz vor einem so wichtigen Fight? Ja, also ich bin schon aufgeregt, aber es ist einfach eine super Gelegenheit und ich fühle mich super und ich freue mich auch sehr drauf. Du hast ja schon einige Kämpfe gemacht und würdest du sagen, bei diesem Fight ist die Aufregung vielleicht sogar ein bisschen größer oder gehst du an jeden Kampf gleich ran? Um ehrlich zu sein, bin ich bei jedem Kampf immer gleich aufgeregt. Also ich blende das immer aus, ob das jetzt ein Titelkampf ist, Main Event oder Undercut. Ich habe ja schon einmal um Titel gekämpft. Und bei Respekt, den habe ich auch gewonnen und sonst war ich bei jedem Kampf eigentlich gleich aufgeregt. Und wie sieht deine Vorbereitung aus? Das heißt, wie viele Einheiten pro Woche machst du und hast du auch diese klassischen acht bis zehn Wochen vor einem Kampf, indem du deine richtige Wettkampfvorbereitung startest? Ja, also wir machen auch ungefähr acht Wochen Vorbereitung. Und ja, okay, an sich bin ich ja immer im Training. Es ist nicht so, dass wir jetzt von null anfangen. Wir sind grundsätzlich fit. Und ja, also jetzt habe ich ja mein Praktikum angefangen. Ich studiere ja nebenbei. Und deswegen schaffe ich auch nur einmal am Tag zu trainieren. Aber diese Einheiten versuche ich auch möglichst hart zu gestalten. Und das klappt eigentlich auch eigentlich immer. Und eine rein theoretische Frage, sage ich mal. Hast du dich vielleicht sogar schon damit beschäftigt, dass wenn jetzt du den Gürtel gewinnst bei Wheel of MMA im Federgewicht, dann hast du natürlich deinen Teamkollegen Islam Jabrailov, der natürlich auch so ein bisschen auf diesen Gürtel liebäugelt. Er hatte ja auch ein Fight gemacht, jetzt in Frankfurt im Federgewicht. Ist das ein Thema für euch oder ist das im Endeffekt Business as usual, sage ich mal? Nee, wir sind ja Teamkollegen und Freunde. Also solange der Titel bei uns in Falsk-Glanofa ist, ist ja egal, wer von uns ihn hält. Also damit haben wir kein Problem. Wenn du dich jetzt für deinen Gegner Sultan Soleimani vorbereitest, er hat mir gesagt, ihr kennt euch, man respektiert sich. Ist das für dich ein Faktor, der einen Unterschied macht, ob du jemanden kennst, ob du jemanden vielleicht sogar magst? Oder ist dir das am Ende des Tages egal, das kannst du im Käfig komplett ausblenden? Eigentlich kann ich das sehr gut ausblenden, weil ich war bis jetzt mit jedem meiner Gegner ganz gut. Also wir haben jedes Mal davor gesprochen und danach auch. Also ich kann das sehr gut ausblenden. Wie genau sehen jetzt deine Einheiten aus? Das heißt, du kannst nur eine Einheit machen, das ist eine sehr harte Einheit. Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, wie so eine Einheit gestaltet ist? Ja, also wir machen normalerweise immer in der ersten Phase viel Cardio-Einheit. Und je näher es zum Kampf kommt, desto mehr machen wir auch kampfspezifisch. Und im Gym haben wir bei uns auch sehr viele Ringer, auch High-Level-Ringer, mit denen ich mich zum Beispiel jetzt perfekt auf Sultan vorbereiten kann. Okay, das bedeutet, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wenn ihr jetzt eben einen Kampf feststehen habt, du kämpfst jetzt am 29. gegen Sultan, dann schaut ihr auch seine Kämpfe an und schaut euch an, hey, das und das sind seine Stärken. Da sollten wir lieber einen Fokus drauflegen, anstatt jetzt zum Beispiel den Fokus auf ein defensives Kickboxen zu legen, sage ich mal. Ja, genau. Also wir müssen uns natürlich auf alles vorbereiten. Es ist ja MMA und der Sultan ist auch im Stand gefährlich. Aber seine Stärken liegen ja jetzt überwiegend im Ring. Also da ist er extrem gut. Und dementsprechend muss ich mich auch ein bisschen mehr auf das Ring konzentrieren. Hast du vor diesem Kampf vielleicht auch ernährungstechnisch etwas geändert an dein Nutrition, sage ich mal? Das heißt, diese acht Wochen, die du hast, änderst du da auch dahingehend ein bisschen deine Ernährung oder ernährst du dich quasi das ganze Jahr über gleich? Also ich ernähre mich überwiegend gesund. Also in der Off-Season natürlich mal hin und wieder irgendwas Süßes, aber in den acht Wochen esse ich eigentlich wirklich nur gesund. Also auch sehr, sehr diszipliniert im Endeffekt. Ja, genau. Sehr schön. Johnny, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf deinen Fight am 29.10. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit hier bei uns und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Alles klar. Danke erstmal für das Interview. Ich freue mich auch, bei We Love MMA wiederkämpfen zu können und besonders auch auf den Titelkampf. Und auch, ja, dass ich gegen so einen starken Typen wie Sultan Zulmani kämpfen kann. Danke dafür. Dankeschön, Johnny. Pallokai. Dann schau mal. Untertitelung des ZDF, 2020